Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns diesmal ein Zahlenbeispiel zum Simplex-Algorithmus an und steigen direkt mal ein. Gegeben ist, dass wir zwei Produkte verkaufen mit verschiedenen Absatzpreisen. Das Produkt 1 hat einen Preis von P1 gleich 15 und Produkt 2 hat einen Absatzpreis von P2 gleich 23. Dann haben wir auch noch gegeben, konstante variable Stückkosten. Für das Produkt 1 haben wir K1 gleich 5 und für Produkt 2 haben wir K2 gleich 3 gegeben. Daraus können wir ableiten die Deckungsbeitragsfunktion. D ist gleich 10x1 plus 20x2. Woran sehen wir das? Naja, für das Produkt 1 ist der Preis eben um 10 Einheiten größer als die Stückkosten und für Produkt 2 ist der Preis um 20 Einheiten größer. Das ist der Deckungsbeitrag in der Summe und den wollen wir maximieren. Dabei haben wir diverse Nebenbedingungen. Einmal rein logisch natürlich nicht Negativität. Das ist damit gegeben, dass x1 und x2 größer gleich 0 sein müssen. Ist ganz logisch. Wir können keine negativen Mengen produzieren. Und dann haben wir noch Kapazitätsnebenbedingungen. Einmal hier diese Bedingung 6x1 plus 2x2 kleiner gleich 480. Was könnte das in Worten bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir hier eine Maschine 1 haben. Diese Maschine kann maximal 480 Stunden laufen und kann eine Einheit x1 in 6 Stunden und eine Einheit x2 in 2 Stunden produzieren. Und analog dazu haben wir auch noch eine Maschine 2, eine Maschine 3 und eine Maschine 4. Und auf Basis dieser Nebenbedingungen wollen wir eben versuchen, den Deckungsbeitrag zu maximieren. Der erste Schritt dabei lautet, dass wir diese Kapazitätsnebenbedingungen umformen von Ungleichungen zu Gleichungen. Denn mit Gleichungen kann man viel leichter rechnen als mit Ungleichungen. Zur Erinnerung, das hier waren die vier Kapazitätsnebenbedingungen mit den kleiner Gleichzeichen. Das formen wir jetzt, da fügen wir jetzt sogenannte Schlupfvariablen ein. Und zwar für die erste Maschine wäre das 6x1 plus 2x2 plus 1s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4 gleich 480. Und Sie sehen, wir haben jetzt quasi vier Schlupfvariablen eingefügt. So viele Schlupfvariablen, wie wir Maschinen haben, so viele wie wir Gleichungen haben. Und vor der Variable, die eben anzeigt, um welche Gleichung es sich handelt, da schreiben wir eine 1 davor als Indikator und vor die anderen kommt jeweils eine 0. Und hier haben wir eben die erste Gleichung, die erste Maschine. Deswegen ist vor der S1 eine 1. Und dadurch, dass wir diese Schlupfvariablen hier eingefügt haben, können wir jetzt aus dem kleiner Gleich ein Gleichzeichen machen. Denn das, was fehlen würde, damit es einen genau gleich 480 ergibt, wird durch die Schlupfvariablen aufgefangen. Analog dazu haben wir dann die zweite Nebenbedingung, da der einzige Unterschied ist eben, dass wir jetzt die 1 vor der S2 stehen haben. Bei der dritten Gleichung steht die 1 vor der S3. Und bei der vierten Gleichung vor der S4. Auf der Basis von diesen vier Nebenbedingungen können wir jetzt das sogenannte Anfangstableau aufstellen, mit dem wir dann weiterarbeiten werden im Simplex-Algorithmus. Das sieht dann so aus. Sie sehen, im Endeffekt ist das nichts anderes, als dass wir hier diese Gleichungen, die so schön untereinander geschrieben waren, in Tabellenform überführt haben. Und für die erste Gleichung, zum Beispiel diese 6, haben wir dann hier hingeschrieben. Die 2 ist hier. Und das machen wir bis zum Schluss, auch bis zur 480. Dies habe ich dann RS genannt, für rechte Seite. Das Einzige, was jetzt noch nicht erklärt ist, ist, wo die letzte Zeile in dieser Tabelle herkommt. Das ist die sogenannte Zielfunktionszeile. Das leiten wir uns aus dem Deckungsbeitrag her, den wir ja maximieren wollen. Deswegen macht es Sinn, dass wir den hier auch berücksichtigen. Der war ja gegeben als d ist gleich 10x1 plus 20x2. Und das Ganze können wir dann auch in die gleiche Form überführen, sodass wir es unter die anderen Gleichungen schreiben könnten. Nämlich, indem wir alles nach links holen, können wir schreiben, minus 10x1 minus 20x2 plus 1d. Quasi das d ist dann hier der Indikator für die Zielfunktionszeile, für die Zeile d ist gleich 0. Und streng genommen stehen da auch noch die Schlupfvarianten dabei, wobei, das habe ich jetzt nicht extra hingeschrieben, weil da überall eine 0 davor steht. Aber in der Tabelle sehen Sie, dass da überall eine 0 davor stehen soll. Und auf Basis dieses Anfangstableaus können wir den Simplex-Algorithmus jetzt anwenden. Das schauen wir uns in Excel an, weil das ein bisschen besser zu handhaben ist. Das hier sollte noch nicht dastehen. So, ich habe jetzt die Tabelle, dieses Anfangstableau, wie wir es eben aufgestellt haben, einfach 1 zu 1 in Excel übernommen. Wenn Sie das nachvollziehen wollen, während Sie das hier schauen, würde ich Ihnen empfehlen, jetzt einfach kurz zu pausieren, Excel hochzufahren und die Zahlen so abzuschreiben. Der Simplex-Algorithmus hat immer die gleichen Schritte, die gehen wir jetzt einfach mal durch. Der erste Schritt lautet, wir suchen in der Zielfunktionszeile den größten negativen Wert, dj, und die entsprechende Spalte ist die Pivot-Spalte. Also, die Zielfunktionszeile war das hier. Wir suchen da den größten negativen Wert, den haben wir hier. Und diese Spalte ist dann eben die Pivot-Spalte. Und die markiere ich mal grün, damit klar ist, dass das die Pivot-Spalte ist. Also die gleiche Farbe wie das Wort hier. So, der zweite Schritt, wir suchen für die Pivot-Spalte die Zeile mit dem geringsten Quotienten b, i durch a, i, j und die entsprechende Zeile ist die Pivot-Zeile. Den Quotienten müssen wir erst bilden, das ist der Quotient aus der rechten Seite und dem Element in der Pivot-Spalte. Schreibe ich einfach mal auf, das hier geteilt durch das hier. Und das mache ich für die anderen Restriktionszeilen auch. Also, ganz klar, 480 durch 2 ist 240, 500 durch 5 ist 100 und so weiter. Und von diesen Werten suchen wir uns den kleinsten aus. Das ist hier diese 60, das heißt, die vierte Zeile ist unsere Pivot-Zeile. Die markiere ich mal orange, analog zu der Farbe von dem Wort Pivot-Zeile hier. So, jetzt haben wir eine Pivot-Zeile und eine Pivot-Spalte und dann haben wir hier quasi eine Kreuzung, das Pivot-Element. Und jetzt dividieren wir quasi die Pivot-Zeile durch das Element, das Pivot-Element. Und das, was dann eben rauskommt, machen wir schon in das zweite Tableau. Also, die ganze Zeile teilen wir durch das Pivot-Element, das hier. Das mache ich so, dann kommt hier 0,2 raus, 2 durch 10, mache ich für die ganze Zeile. Das war Schritt 3. Und Schritt 4 lautet, wir subtrahieren das AKJ-Fache der veränderten Pivot-Zeile von den anderen Restriktionszeilen. Also, das ist jetzt der Schritt, damit wir auf die anderen veränderten Restriktionszeilen kommen. In Worten, also wir subtrahieren von der ursprünglichen Zeile, das wäre jetzt für diese Zeile der Wert 6, subtrahieren wir das AKJ-Fache der veränderten Pivot-Zeile. AKJ bezeichnet eben den Wert in der Pivot-Spalte hier oben. Das heißt, wir hätten 6 minus 2 mal diese 0,2. Und damit kommen wir dann auf die neue veränderte Restriktionszeile. Wir nehmen also das hier minus das hier mal den Wert aus der veränderten Pivot-Zeile. Das übertragen wir in die Zellen rechts daneben, haben hier quasi die veränderte Restriktionszeile. Das gleiche machen wir für die zweite Zeile und auch für die dritte. Und dann haben wir hier die drei neuen Restriktionszeilen. Genau, und der zweite Satz von Schritt 4 war, dann addieren wir das DJ-Fache der veränderten Pivot-Zeile zur Zielfunktionszeile. Wobei, hier müssen Sie darauf achten, hier ist ja ein minus 20, gemeint ist hier der Betrag. Das heißt, wir addieren jetzt nicht das minus 20-Fache, sondern das plus 20-Fache. Das würde heißen, um hier auf den Wert zu kommen, würden wir quasi das Ursprüngliche nehmen, minus 10 plus 20 mal die veränderte Pivot-Zeile, also 20 mal 1. Also nehmen wir das hier, ich schreibe jetzt mal ein Minus, damit es der Betrag ist, mal also das 20-Fache der veränderten Pivot-Zeile, dann erhalten wir hier Minus 6. Kann sein, dass ich eben auf die 1 gezeigt habe, gemeint war natürlich die 0,2. Also nochmal, wir nehmen den ursprünglichen Wert Minus 10 und addieren das 20-Fache von 0,2 und erhalten dann eben Minus 6. Das übertragen wir auf die Zeilen daneben, die Zellen daneben und erhalten folgende Werte. Und das war Schritt 4. So, Schritt 4 ist jetzt fertig. Schritt 5 lautet, ist in der Zielfunktionszeile noch ein negativer Wert übrig? Dann gehen wir zurück zu Schritt 1 und machen das Ganze nochmal. Ansonsten sind wir fertig. Wir sehen, es ist noch ein negativer Wert übrig, also machen wir das Ganze nochmal von vorne. Schritt 1. Wir suchen in der Zielfunktionszeile den größten negativen Wert, den haben wir hier mit Minus 6 gegeben. Und die entsprechende Spalte ist die Pivot-Spalte. Also haben wir diesmal Spalte 1 als Pivot-Spalte. Dann suchen wir in der Pivot-Spalte die Zeile mit dem geringsten Quotienten. Den Quotienten müssen wir noch schnell ausrechnen. Ist die rechte Seite geteilt durch den Wert in der Pivot-Spalte. Und dann gucken wir das an für die verschiedenen Restriktionszeilen und sehen, der kleinste Wert ist hier in der zweiten Zeile. Und diese Zeile ist jetzt die Pivot-Zeile. So, wir haben jetzt die Pivot-Zeile, die Pivot-Spalte. Diese 4 ist also unser neues Pivot-Element AIJ. Um auf die veränderte Pivot-Zeile zu kommen, teilen wir durch das Pivot-Element. Also ist gleich die alte Pivot-Zeile geteilt durch das Pivot-Element. Das machen wir hier. Also 4 durch 4 ist natürlich 1. 0 durch 4 ist 0 und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier die veränderte Pivot-Zeile. Das war Schritt 3. Und dann machen wir Schritt 4. Das war, dass wir von den anderen Restriktionszeilen jeweils das Vielfache aus der Pivot-Spalte abziehen. Und zwar, welches Vielfache, das Vielfache der veränderten Pivot-Zeile. Also, hier wäre das die alte Restriktions... Der alte Wert aus der Restriktionszeile minus das AKJ-Fache. Das wäre also das hier aus quasi der Pivot-Spalte mal den Wert der neuen Pivot-Zeile. Die ist hier... Der veränderten Pivot-Zeile, sorry. Das ist hier unten. Haben wir da eine 0. So. Also nochmal, wir haben quasi von dieser Zeile hier das 5,6-Fache der veränderten Pivot-Zeile abgezogen. Und dann kommen wir auf diese Werte. Das gleiche mache ich jetzt für die dritte Zeile und auch für die vierte Zeile. Und dann der zweite Satz von Schritt 4 lautet, dass wir eben das DJ-Fache der veränderten Pivot-Zeile zu der Zielfunktionszeile dazu addieren. Das mache ich hier. Also, wir würden quasi hier diese minus 6 nehmen und dann addieren wir das 6-Fache der veränderten Pivot-Zeile. Das ist hier eine 1. Also wäre das minus 6 plus 6 mal 1. Dann müsste dann hier eine 0 rauskommen. Das machen wir für die anderen Werte auch. Dann haben wir hier die veränderte Pivot-Zeile. Das war Schritt 4. Schritt 5. Wir prüfen, ist in der Zielfunktionszeile noch ein negativer Wert übrig? Ist nicht der Fall. Dann sind wir fertig. So. Das heißt aber, dass wir das noch interpretieren müssen. Was bedeutet unser Ergebnis jetzt? Wir gucken einfach nach den Indikatoren, um das Ergebnis zu interpretieren. Wir sehen hier bei den x1 und x2 Spalten, dass da jeweils eine 1 hier und hier steht. Und die 1 hier bedeutet eben, dass wir von Produkt x1 50 Einheiten produzieren. Und der Indikator für x2 ist hier. Und dann sehen wir an der rechten Seite, dass da auch 50 Einheiten produziert werden. So. Was haben wir noch? Wir haben hier in der Zielfunktionszeile den Wert 1500 auf der rechten Seite stehen. Das heißt, unser optimaler Deckungsbeitrag lautet dann eben 1500. Und dann haben wir noch zwei Zeilen übrig. Da sehen Sie, ist der Indikator hier bei der S1 und bei der S3. Das bedeutet eben, dass das die Maschinen sind, wo noch Schlupf übrig ist, wo noch unausgelastete Kapazitäten sind. Das würde bedeuten, dass im Optimum die Maschine 1 mit 80 Stunden unausgelastet ist. Und das 1 hier in der Spalte S3 bedeutet eben, dass Maschine 3 mit 30 Stunden unausgelastet ist. Aber das ist trotzdem optimal, weil wir hier den maximalen Deckungsbeitrag erreicht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.